Das Leistungsspektrum unserer Abteilung umfasst sämtliche modernen Anästhesie und intensivmedizinischen Verfahren. Wir versorgen den ganzen Landkreis Sigmaringen mit unseren notärztlichen Aufgaben und zusätzlich sind wir als regionales Schmerzzentrum Ansprechpartner für Patienten mit chronischem Schmerz. Die Anästhesie in Sigmaringen zeichnet sich aus durch ein hochqualifiziertes Team aus Ärzten und Pflegern. Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Quote an Fachärzten für Anästhesie, aber auch fachweitergebildeten Pflegekräften. Das heißt, es kommt insbesondere der Patientensicherheit zugute, aber auch allen Ärzten und Pflegekräften in Weiterbildung.